Wie soll ich denn sitzen? Bein überschlagen? Oder lieber nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Hast du Ton? Hast du? Komm, fang an jetzt! Die Spielanalyse wird Ihnen präsentiert von ThujaZeitarbeit. Scheiße! Das ist ja Schwäler, ist im Nacken und da geht's schon nicht hoch. Das ist ja Schwäler dabei. Hier kann man, wenn man Fäller macht, kann man korrigieren und neu machen. Ja, irgendwann reißt jede Serie. Die des SC Preußen... Nein. Und... Aber... Inzwischen ist das Spielverlauf falsch. Scheiße! Ich dachte, das ist immer falsch. Ich horst. Ich mach mal einmal Stopp. Was hast du denn oben schon erzählt? Ja, das gleiche, was ich jetzt glaube ich auch wieder erzählen werde, ne? Ein super Tor von Sigert, ein super Tor von Königs. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Was willst du mehr? Was willst du mehr? Hattet ihr erwartet oder... Was ist denn eine scheiß Frage? Was war gut? Was war gut? Was war schlecht? Was ist das denn für eine Frage? Ne. Tom, ich komm nochmal. Stefan, schön, dass du zu mir kommst. Wie habt ihr eure beiden Tore jeweils gesehen? Ja, vom Schwiefeld. Vom Schwiefeld, ne? Wir waren ja live dabei. 12, 13, 15, 18 und 20. Sieht die Rückfahrt für euch jetzt aus? Ja, mit dem Bus, ne? Wir fahren also mit dem Bus zurück. Ich gebe als Busfahrer jetzt 100% zurück. Also Marco, jetzt kannst du, los. Ja. Ja, okay, er will nicht. Also. Wir müssen für Estepone erspart. Kirsch, ich hau dir, du kriegst eine 6,7, kriegst du morgen, ey. Ja klar, also das war dann Daniel, ich hau ab, ne? Geht ja nur ein bisschen, ne? Und ich habe wieder Scheiße erzählt, ne? Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Stark. Wiedersehen. Ciao. Wenn Sie mehr was...